hallo falls du gerade in berlin bist oder planst hier zu kommen ich zeige dir wie kannst du wie kannst du ein ticket für nahverkehr kaufen in berlin also wenn du das online machen möchtest nicht auf dem automaten musst du eine app herunterladen also entweder app moment mal es ist völlig egal welche aber nehmen wir jetzt zum beispiel vb die ich nutze weil ja ganz ganz leichter ist und jetzt haben wir eine suche von punkt a bis zum punkt b und sagen wir zum beispiel von berlin hautbahnhof bis zu ostbahnhof ja ostbahnhof genau also hier hast du suche für regiobahn bahn bus tram so alle möglichen und alles was du brauchst und klicken wir dann jetzt suchen natürlich hier hast du eine zeitlinie wo du wählen kannst welche uhrzeit sagen wir in einer stunde kannst du natürlich aussagen morgen oder selbst in der selbst auswählen oder kannst du auch ankunft wählen nicht nur abfahrt klicken wir ok und jetzt es zeigt es ist eine ganz ganz leichte route das können wir nur mit dem s bahn fahren jetzt zeigt die es zeigt auch die heutige regel also heute das stand der corona regeln und dann können wir die tickets kaufen hier steht regeltarif oder ermäßigungs tarif und das bedeutet für einzelfahrausweis also hier steht zone a und b also zonen in berlin sind verteilt a b und c normalerweise außer b würdest du nicht brauchen aber wichtig ist zu einem flughafen du brauchst abc zone also flughafen und dann das kostet schon mehr wie du sehen kannst 3 80 weil das abc zone ist wie du das sehen kannst und dann können wir gehen vb ticket kaufen und hier steht einzelfahrausweise vier fahrten karten 24 stunden und ob das nur berlin ist also in dieser app kannst du berlin brandenburg kaufen normalerweise einzelfahrt ist für eine person aber du kannst auch hier noch mehr noch mehr varianten sehen tickets für touristen tickets für fahrer der brandenburg berlin ticket ja genau und siebenkarten ticket und dann für zonen kannst du zum beispiel abnehmen das ist 36 also das finde ich die teuerste ich glaube und dann kann monatskarte umweltkarte ab 86 euro falls du falls du neben der flughafen der unterkunft hast dann musst du 43 euro zahlen und so weiter also es ist ganz ganz leicht da ja genau hier hier gilt auch für frankfurt oder also diese vbb gilt für die ganze die ganze gebiet aber am meisten für berlin und kurzstrecke gilt nur für bis drei stationen also nicht verwechseln und nehmen wir jetzt zum beispiel diese ticket kaufen einzelfahrausweise für eine person das kostet 83 abitz regeltariff und wenn wir gehen jetzt kaufen das steht hier kannst du deine zahlung methode auswählen jetzt kaufen und dann bekommst du dein ticket genau hier in deiner gekaufte tickets liste also bis bis nächstes mal